Willkommen zurück bei Let's Play Halo Ja! Da oben! Der Schmarotzer will anreißen! Welcher Schmarotzer? WAH! Ähm... Wir... Fahren hier gerad mit so einer Art Transportlift Kommen die runtergesprungen? Äh scheinbar schon Schau, seliger Wurm! Ich lege ihre Reisen! Ihmute ich sicher in seinem Fenster Sieg, du! Achtet nicht auf den Anlieber! Macht euch bereit! Ach, da unten! Was sagt das doch? Halte die Stellung! Ach, Entschuldigung! Ein Trottel, mich herauszufordern! Sehr gut! So, gleich werden wir bestimmt noch gegen die Menschen kämpfen müssen, die... sich in dem... Ding rechts von uns befinden! Obwohl, da ist ja auch... ein Flieger... von der Allianz... Aber das ist scheinbar unser gewesen, oder? Ob er die gleich eingreifen will? Wir haben sie zerstört! Und nun? Wie lief's denn so? Zehlt mal durch! Ich fürchte, ein paar von uns sind gefallen! War das alles? Bis jetzt war das alles! Geht's! 꼭 ein Geht's! Obwohl ich das ja nicht! Ja, ich würde... kann euch nicht... Und jetzt kommt mein Gerät! Ja, dann kommt nicht! Die Böcke! Nicht mit mir Leute, nicht mit, oh Gott. Oh, die wollte ich da ja nicht. Ihr seht, die Bibliothek unserer Herren. Die Menschen sind so dritt, die wir verliehen danach. Ich erwarte, die Beteiligung. Ich erwarte, die Beteiligung. Noch seh' ich keinen. Los, Gebieter, zum Symbol. Wir beschützen dieses Schiff. Vielleicht unser einziges Fluchtmittel. Na klar, ich darf wieder alleine los. Herrlich. Na, man hört Kämpfer. Keiner mehr an Bord. Okay, hey. Da rein, wa? Da rein, wa? Da rein, wa? Da rein, wa? Erwischt. Wissen Sie, Ihr Vater hat mich auch nie um Hilfe gebeten. Der Index ist sicher. Mackenzie, Peres, sind Sie raus? Hören Sie mich, Marines! Wir haben Probleme. Verdammt! Wie läuft's? Sergeant, unten bleiben! Johnson, alles okay? Johnson! Ausgezeichnet Gebieter, die Reichen werden zufrieden sein. Das Symbol ist meine Verantwortlichkeit. Was war Ihre Verantwortliche jetzt, ist es meine. Ein blutiges Schicksal wartet auf Sie und den Rest Ihrer inkompetenten Rasse. Und ich, Tartarus, Häufling der Brutes, schicke Sie dorthin. Wenn die Propheten hiervon erfahren, sind Sie erledigt. Wenn Sie es erfahren? Nein, Sie erfahren mir, das zu tun. Nein, Sie erfahren mir, das zu tun. Nein, Sie erfahren mir, das zu tun. Was ist das? Ich weiß... Ich... 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 Das attacke all die Hörsen. Ganz ruhig. Würde mich damit lieber nicht anlegen. Dämon. Er hier ist Maschine und Mut. Er hält an seinem Können fest. Der andere ist nur Glaube und Fleisch. Lässt sich leicht täuschen. Töte mich oder lass mich frei, Parasit. Aber langweil mich nicht mit Geschwätz. Es wurde früh gesagt. Ich habe zugehört. Du fällst schon Metall und Zeit. Jetzt spreche ich und Sie werden zuhören. Hallo. Ich bin 2401 Penitent Tangent. Ich bin der Illuminat der Einrichtung 05. Und ich bin der Prophet des Bedauerns. Höchster Rat. Hierarch der Allianz. Ein Reclaimer? Hier? Endlich. Wir haben viel zu tun. Diese Einrichtung muss aktiviert werden, damit wir den Ausbruch kontrollieren. Bleibt wo ihr seid. Solange ich predige, wird hier gar nichts getan. Falsch. Diese Anlage hält einen Rekord von 1,2 Trillionen Simuliten und einem echten Zugriff. Sie ist auf Abruffeuer bereit. Von allen Dingen, die uns unsere Herren hinterlassen haben, ist nichts so wertlos wie diese Orakel. Sie wissen nichts von der großen Reise. Und Sie wissen nichts über Eindämmung. Sie haben sogar die grundlegendsten Regeln und Prozeduren missachtet. Seine Eindämmung und seine große Reise sind ein und das selbe. Eure Propheten haben die Flucht vor dem sicheren Untergang versprochen. Aber auf diesem Ring findet ihr keine Erlösung. Wer diesen Ort baute, wusste genau, was er tat. Fehleinschätzung ihrer Absichten führt nur zum erneuten Untergang. Das Ding hat recht. Halo ist eine Waffe. Ihre Propheten machen einen großen Fehler. Ihre Dummheit hat bereits einen der Heiligen Ringe zerstört, Dämon. Das passiert nicht nochmal. Wenn Sie die Wahrheit nicht hören wollen, zeige ich so. Es kann verhindert werden, dass der Schlüssel gedreht wird. Wenn man ihn hat, Sie werden an einer Stelle suchen, Sie an einer anderen. Das Schicksal machte uns zu feiern, dieser rürzen Brüder. Wir sind alle von uns zutiefst betroffen. Die Freisetzung des Parasiten war unerwartet, unglücklich, aber es gibt keinen Grund zur Panik. Tatsächlich ist das Grund zur Freude. Ein Moment, den die ganze Allianz feiern sollte. Denn das heilige Symbol ist gefunden. Mit ihm ist der Weg frei. Unser Eintritt in die Göttlichkeit garantiert. Die große Reise naht. Und nichts, nicht einmal die Flut, kann sie verhindern. Boom. Tötet den Dämon. Ach du Gott, jetzt sind wir hier wieder. Gleich in der Action. Je schneller man diese Goats umlegt, desto besser. Sie haben keine Schildgeneratoren, aber man sollte sie erledigen. Es dreht durch. Woo. Wir haben jetzt den Schwierigkeiten. Ja, ja. Kann ich irgendwie... Nö. Werde Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hiragen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. So. Hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Spitze. Bedanke mich. Bis dann.